hallo leute was geht ab wir ich also ich zeige euch heute meine villa aus den ferien und hier ist unser bad mit einer wachmaschine hier hier ist das fenster hier ist die wanne hier ist das bad und da gehen wir erst mal hier hin hier ist mein schlafzimmer hier sind entspannungstisch die betten sind hier schon abgezogen so wie ihr seht hier ist so mein schlafzimmer gewesen ist auch noch so eine lampe hier das fenster und hier ist auch noch ein schrank so und dann ist hier unsere coole küche ist ein toaster alles was man braucht ja hier ist noch eine ofenspiele hier so ist der hier ist unser wohnzimmer kann man sagen ist ja irgendwie mit der küche verbunden hier haben wie doch so ein cool tisch in den fernsehen darf man sich wirklich nicht vergessen und dann ist hier noch von und dann ist hier noch noch ein schlafraum ja das ist hier sehr cool wir also das finde ich ja mit dem coolsten schlafraum schlafraum hier kann man nämlich auch immer so schön nach unten gucken was hier so abgeht dann ja dann gehen wir erst mal hier wieder hin und das war es auch mal wieder mit einem weiteren video wenn es euch gefallen hat dann leistet doch gerne ein like und ein abo da und bis zum nächsten mal ciao ciao